Der Kurt Massa hat keine Kosten und Bühnen gescheut. Er hat sich neue Hardware angeschafft für die Goldfirma-Qualitätsoffensive, damit wir unsere Ausflüge, die wir planen, damit wir die auch schön festhalten können. Ey, aber eine Kamera, da möchte ich jetzt aber auch wirklich High-End-Aufnahmen für OnlyFans. Wenn man jetzt jede Falte am Sack erkennt. Boah, ich glaube, so schaffe ich sie auch wieder nicht. Das haben wir wirklich jede Falte. Das sind zu viele, meinst du? Das ist der Schrumpflichste aller Säcke. Gut. Wo bist du? Ich würde es nicht sagen. Liebe Fans, die ich hier hingeredet habe, es tut mir leid. Freunde, das hier, das ist noch echter Forz-Content. Ja, gerade sagen. Das ist noch ehrlicher Content. Nicht das, was Salzwerk da macht. Ja. Da braucht man sich nicht viel entschuldigen, Salzwerk. Ah, herrlich, Mann. Der nachgemachte Cola-Ersatz schmeckt wieder herrlich, ey. Sehr gut, freut mich für dich. Ich habe dich zugehört. Wo warst du, oben? Ja, ich bin leider top, ja. Du weißt, was top bedeutet. Ja, ich weiß, Mann. Deswegen wollte ich es noch nicht sagen. Was heißt beantworten? Reiß dich zusammen. Ich bin noch gar nicht wach. Und die Gegner sind pinch. Bist du immer noch müde, oder was, ey? Ich bin immer müde. Das darf doch nicht wahr sein, Faro. Ja, was will ich denn sagen, Mann? Dass alles gut wird, Mann. Das kann ich nicht. Warum nicht? Weil, ja, weiß ich auch nicht, Mann. Weil du der Grund bist. Weil ich was für ein Rund? Der Grund. Ach so. Rund auch. Weil du Rund bist. Fett. Fettes Schwein. Hat man bei einer Hausräumung eine Gefriertruhe geöffnet? Nee, Digga. Ich will gar nicht weiterlesen. Nee, komm, ich lebe es auch nicht weiter. Das reicht mir schon. Ja, komm, ich will es auch wissen. In deinem sieben Jahre altes Fleisch lag. Habe beim Aufmachen bestimmt auch ein paar Jahre meines Lebens eingewiesen. Drecksauber. Ich hasse mich dafür, ey. Eigentlich will ich ja nicht weiterlesen bei sowas, aber irgendwie auch doch, ey. Also darfst du das nicht so zerdenken. Das sagst du immer so, ey. Ja, ja. Irgendwann droppe ich mal, dass alles gut wird. Und dann kannst du es nicht fassen. Junge, das dann kann ich mir okay nicht fassen. Du sagst schon seit Jahren, dass du das nicht sagen kannst. Seit Jahren. Wir kennen uns halt ein Jahr oder so. Safe länger als ein Jahr. Fühlt sich nur länger an. Du guckst Gold, Spammer, Safe länger als ein Jahr schon. Was hast du gesagt? Du guckst Gold, Spammer, Safe schon länger als ein Jahr. Boah. Deutlich länger. Ja, nicht deutlich länger. Aber das stimmt schon, dass ich das, bevor wir uns kannten, schon geguckt habe. Zwischen mir ich mal. Du meinst ja, dass du den Mottock von der Arbeit kennst. Also die Stimme. Genau. Ich habe irgendwann so... Also ich habe früher mal so von Pizmin so, da habe ich ja angefangen, mir damals irgendwie mal Forz zu... Da habe ich mir das geholt halt. So das Game. Und dann habe ich das halt irgendwie ewig nicht gespielt. Da habe ich mir irgendwann gedacht, Alter, weiß ich nicht, jetzt mal wieder Forz oder so. Oder mir ist ein Video über den Weg gelaufen. Und dann habe ich ganz viele Forz-Videos von Curses geguckt. Und dann habe ich die aber irgendwann irgendwie alle gesehen oder ich hatte keinen Bock mehr auf den oder so. Keine Ahnung. Und dann habe ich halt irgendwie durch die YouTube-Recommendations, bin ich dann halt irgendwie weitergekommen zu, ich weiß nicht mehr genau, entweder irgendwie Salzy oder Du zuerst. Ich weiß nicht genau. Und dann habe ich halt da geguckt. Und dann habe ich irgendwann ein Video gesehen, vor wie vor, wo ich halt Mottocks Stimme gehört habe. Wo ich mir so, Alter, die kennst du doch und so. Und irgendwann kam dadurch dann raus, dass der das ist. Und dann habe ich ja über ihn quasi mit euch CS gedaddelt. Und dann irgendwann dann halt Forz mit dir gespielt. Und seitdem sind wir verheiratet, meine Freunde. Seitdem sind wir verheiratet, ja. Das wäre eigentlich echt, das wäre eine ziemlich kranke Love Story eigentlich, Junge. To be honest. Das stimmt. Was solltest du sagen, du bereust? Ja, ich bereue das halt auch. Mann, scheiße. Deine Chance, ey. Deine Chance ist auch mal gut zu machen, ey. Ja, Mann. Ist halt auch nicht alles so einfach immer. So ist er halt. Mann. Boah, der Wind ist aber hier gar nicht gut, ne? Darfst du dich nicht verunsichern lassen? Noch nicht, aber. Wird absolut geplantet. Das sind einfach, das war richtig viel. Das war richtig viel, was da drüber gekommen ist. Hast du das gesehen? Der bähnt ja auch schon wieder, das gibt es doch gar nicht. Oh nein, ich habe die Dukes verpasst. Das lief nicht. Fuck, ich habe den Paint verpasst, Mann. Ich wurde ja auf mich geschossen, das habe ich gar nicht gemerkt, ey. Haben wir in der Türkei auf dem Markt mal Gewürze gekauft, die eingeschweißt wurden, als wir wieder in Deutschland waren. Ist uns aufgefallen, dass da was in der Tüte rumkrabbelt. Wir haben die Tüte nicht geöffnet. Wie könnt ihr die Tüte nicht öffnen? Ihr müsst doch mal probieren, ey. Hör mal dran, lecken auch. So viel zum Content. Jetzt gibt es wieder Gold zum Main-Content. So nämlich durch Backseat-Gaming und Pavo kommentieren. Wo ist er? Da oben. Junge, die scammen ja das Leben aus unseren Mails raus, die Nukes, Pavo. Du hast keine Chance. Warum hast du keine gebaut, frage ich mich. Ich wollte später welche bauen. Oben ist Nuked, Junge. Ja, die hat sich vielleicht mit der anderen auch noch geholt. Kacke. Das war nix, Pavo. Wir müssen nochmal auf Ladstrip, glaube ich, gegen die zeigen, was geht. Komm schon. Wer hält der das überhaupt? Du kannst doch T drücken, ne? Ja, ich wollte jetzt aber eigentlich erstmal schießen. Aber der macht die Türen nicht auf. Nee, so nicht. Ach, der Gehtner meinst du? Ja. Oh mein Gott. Alter, unsere Mails werden so weggescamen, ne? Jeder Schuss ein Scam. Jeder Schuss ein Treffer. Könntest du einfach killen, die Bottom-Base, wenn du so richtig als Stardust Portal machst. Ach, du Scheiße. Oh, du bist der nächste Pavo. Du kannst da, wo deine Batterien hinten sind, da kannst du noch Gander hinter machen. Und nach unten hindern. Ach, Kacke, Alter. Der Fainter. Das wird so schallern jetzt, ne? Oh, oh. Alles gut. Zero Damage im Prinzip. T drücken? Ja, ich hab keine Ressourcen für irgendwas gerade. Was? Du sieben Minen. Ich hab halt nix. Guck dir mal an, wie meine Bässe kaputt ist, Alter. Wir hatten ja nichts. Junge. Ich kann halt nicht mal hier meine Kanonen protecten, ey. Gegen was überhaupt? Schießt der überhaupt? Ja. Noch Fragen? Call me a more iconic Fort-Moment. Außer wenn deine Kanonen gedorsnipiert, ey. Das ist echt krass. Jedes fucking Mal. Mann. Ja, Scheiße. Das war's nicht. Ja, das war wirklich nicht das Game, Alter. Nee, das war nicht das Game der Games. Scheiße. Das war wirklich nicht das Game der Games. Nichts. Ja.